So, es ist wieder eine Zeit lang her, aber wir machen weiter. Es ist Abend und, ach genau, ich weiß, was ich machen wollte. Denen geht's gut. Ich habe schon Katzen, ne? Genau. Von denen brauche ich nämlich jetzt zum Plot. Das heißt, ich muss hier... Ja, ein paar Hühnchen holen. So, weil ich gucke natürlich währenddessen auch ein bisschen die Streams von anderen und... Oder die Videos und... Mir ist da aufgefallen. Jupp. Die haben immer so furchtbar viel Hunger. Ich gucke mal, haben wir da wieder ein paar mehr? Ein bisschen was ist da, ne? Nein. So, okay. Machen wir die noch dazu. Nicht, dass die ausbrechen. Okay, viel ist es nicht. Da ist noch ein Huhn übrig und sie sehen es nicht. Komm mal her. Katzis. Da ist noch ein Huhn. Komm, da haben wir doch einen, der noch nichts hat. Komm her. Du guckst das von mir direkt. Jawohl. Jetzt sind sie alle satt. Ich glaube, wir müssen so früh wie möglich auch diese Plots aundermachen. Weil... Und die Katzen tun mir nicht weh, nein, ne? Oder? Egal. So. Jetzt lass mal schauen, dass wir da hinkommen, wo wir noch hin müssen. Weil... Ich hab das... Oh. Moment. Ja, das machen wir aber nicht. End. Entschuldigung. Ich muss jetzt umdenken von No Man's Sky, weil... Na, Jetpack werde ich hier zwar haben, aber das dauert noch ein bisschen. Die ganzen Automatisierungen und so weiter und so fort. Das ist alles, ja. Noch ein bisschen hin. Mal gucken, ob hier... Nein, nein. Da ist auch nichts, was... Jetzt gerade reif ist. Die sind aber auch noch so... Ganz fit. Die haben sowieso noch. Den könnten wir... Ne, die haben ja auch was rumliegen. Die nicht. Da könnte man ein bisschen was reinbringen. So. Und die... Die haben noch ein bisschen was rumliegen. Und die vermehren sich zum Glück sehr gut. Was? Ah, da ist das was neu ist. Ne, doch. Da. Hallo. Hi, Bea. Die Citronen, die du bei der Insel findest. Und denen ist was seltsam. Hey, ich hab Augen am Himmel und ich werd sie benutzen. Hey, ich hab auch... Ich bereite auch ein Team von Thronen vor, um es rüber zu schicken und die Dinge etwas direkter zu untersuchen. Aber ich schweife ab. Jedenfalls scheint die Throne super fortgeschritten, fast außerirdisch. Also dachte ich, okay, da checken ein paar Alien ist die Regenbogeninsel. Aber genau wie du. Aber nein, das glaub ich nicht. Was? Denn sie sieht den Thronen, die wir benutzen, sehr ähnlich. Nur so viel vertrauter für mich. Fast ein Dichavu irgendwie unheimlich. Hey, keine Angst. Es sind vermutlich bloß Aliens. Riesige, dreiköpfige Aliens mit gar nicht in Klauen, die nach Menschen suchen, um sie zu fangen oder zu fressen. Oder beides. Hahaha. Bis später. Noch wer? Nein. Gut. Jetzt gucken wir doch mal auf die Karte. Wo wollte ich denn hin? Wo wollte ich denn hin? Ähm... Da war ich schon. Achso, das sind ja meine Gegenden. Ja. Ähm... Wir schauen. Oh oh, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Die Möhren sind noch nicht so weit. So. Ja. Wo war das denn? Irgendwo ging es rein, wo ich diesen... Den großen weggemacht hat. Hier nicht. Da wären zwar noch Plauts und so weiter, aber das muss jetzt momentan warten. Mhm. Wo war das? Hier? Das sieht... Nee. Nee. Irgendwo hier. Ach genau, da kann ich ja jetzt, oder? Glibberstein. Das ist auch eine Ressource, die ich dringend brauche. Die brauche ich nicht. Die brauche ich auch nicht. Das ist... Muss ich da hoch? Da ist es. Jawohl. Oh, geh weg. Ja. Aha. Nee, das ist es nicht. Mist. Okay. Wo war das denn? Kann ich das jetzt? Das kann ich trotz allem nicht. Gut. Das ist jetzt wirklich die Frage. Wo war das? Oh, toll. Was machen wir weg? Das. Das können wir ja... Ja, super. Geh weg. Na, für eine... Habe ich das jetzt gemacht, ja. Oh Mann. Wo war die Höhle? Oh, 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 oh. Nein. Nein. Sollte ich das vielleicht lieber tagsüber machen? Kann ja sein. Ach, da wären ja diese nochmal. Geht nicht. Dann mache ich doch lieber die Karotte wieder weg. Das sind wenigstens drei. So. Aber wo... Das... Oder war ich da... Nee, da war ich jetzt gerade eben nochmal. Da ist das. Da kann ich aber jetzt... Warte. Genau. Da kann ich den Klipperstein reinmachen. Und habe ich ja wieder Platz. Was ist das? Nee, nee. Kommst du bitte? Hä? Sind jetzt Beile weg? Hallo? Ja. Dann nimm's doch, ja. Aha, gut. Er ist nur ein bisschen störrig. Das ist alles. Das war schon richtig. Ähm. Aber wo war diese Höhle? Wo war diese Höhle? Mann. Was ist das? Also das kann ich jetzt im Moment nicht brauchen. Aber hier kriege ich noch den Klipperstein. Dann kann ich gar nichts anfangen, noch. Da ist... ...sehr unangenehm. So, davon habe ich ja noch welche. Das ist ja gar keine... Oh, das ist ja gar keine... Oh, Leuchtkatzen sind ja auch ganz niedlich, aber... Hier runter? Nein. Doch. Oh. Lass mich raten. Ähm, Bauplan bringt mir nix. Ah, das ist doch interessant. Was haben wir denn da? Die... Oh, fuck. Dann müssen wir den wegmachen, weil... Ah, ne, Quatsch. Die haben wir doch schon. Die Viereckigen haben wir schon. Da ist nix dabei, was wir dringend brauchen. Steinhuhn haben wir. Bauen wir schon an. Ähm, züchten wir schon. Anbauen ist vielleicht die falsche. Hallo. So, jetzt lass mal nochmal gucken. Wo könnte das denn sein? Wo bin ich da? Gut, den Glibberstein können wir jetzt wirklich... Na, geht doch. Habe ich doch schon. Aber wo... ist die Höhle? Was ist das? Ach ja, da war ich ja auch schon. Stimmt, ich habe alles vergessen. Was könnte ich da machen? Aber das ist nicht das, was ich... gesucht habe. Da sind wir ja schon viel zu weit. Zurück, 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 zurück. Ja. So, dann... würde ich sagen... Richtung zurück. Möglichst ohne. Ist hier irgendwas, wo wir reinkommen? Nein. Es gibt einfach ein Schloss... das man... aufkriegt... mit... etwas, was wir schon haben. Um das mal so zu sagen. Hier, das ist alles. Das geht alles ins... furchtbar leere. Das ist immer hier. Das nutzt ja alles nichts. Ich kenne immer die gleichen... Ah, Moment, Moment, Moment. Was ist hier vielleicht? Was ist das? Nichts, was wir gebrauchen können. Gut. Es wird ja auch langsam wieder Tag. Aber ich hätte nicht schon wieder zu Hause. Dann schauen wir mal, wie geht's denen? Was essen die? Frucht. Die essen alles. Die essen Gemüse. Am liebsten das da. So, wir ernten. Dann können wir eigentlich im Prinzip komplett zu den... Dingens geben, zu den Häschen. Ich bin jetzt ein bisschen Zeit. So. Dann... diese Früchte. Aber wir haben ja auch die Viereckigen. Die sind wichtige. So. Das bekommen jetzt diese da. Das machen wir ja am liebsten. So. Oh Gott, davon haben wir früher viele. Wir müssen uns ja... um die... Steinkreuz noch kümmern. So. Haben wir denn auch irgendwas Gemüsiges? Nein. Ja, vielleicht nicht schlecht. Aber ich glaube, wir haben auch welche angebaut, ne? Die Steinkreuzer. Wo sind sie? Sind die da unten? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist ganz furchtbar. Ja, da haben wir Möhren angebaut. Also sind die auch da. Ich glaube, die brauchen auch dringend. Das war's schon. Gut. Dort sammeln kann ich später. Wir haben ja alles gut. So. Ich glaube, die Katzen sind auch wieder ein bisschen hummig. Alter, Gockel. Der kann nix mehr. Äh, ich könnte aber bitte mal aufhören. Damit nicht da raus. Moment. Den alten Gockel machen wir schnell mal da rein. So. Tut mir leid, alter Gockel. Aber wir müssen die Küken da rein machen. So. Ein Huhn. Ein Huhn. Das Küken will ich nicht. Das Küken will ich nicht. So, dann kriegen die nochmal sechs Hühnerchen. Ja, ist ja gut. Die fressen so furchtbar viel. Okay, ja, dann geht's jetzt besser. So. Das sollte erstmal reichen. Trotz allem muss ich jetzt nochmal unbedingt. Bevor ich hier großartig nochmal irgendwas sammeln oder sonst was gehe. Ja, können wir später machen. nur rein damit. Die haben noch absolut genug. So, jetzt nochmal. Wo ist die Höhle? Hier unten drunter? Wohl kaum, oder? Was ist das? Nein, da sehen wir gar nix. Waren wir hier schon? Jui. Aha. Kommen wir gerade seltsam unbekannt vor. Doch, waren wir schon, aber hätte ich hier jetzt nicht vermutet. Gut, so. Ja, genau. Das war nicht hier. Ich weiß, dass es in der Nähe war. Aber so nah auch nicht. Ich bin auch so furchtbar gut und mich verlaufen, ne? Was ich meistens... Oh. Haben wir da jetzt irgendwas? Ja, ist ja gut. Ah, nein. Da sind schon einige Schätze verborgen. Aber ich will keine Schätze. Ich will einfach nur die Gorgo-Höhle mit dem ersten Gorgo, den ich freigeschaltet habe. Und es ist einfach nicht da. La la la. Nicht da, la la. Da unten. Nee. Wieso habe ich doch da überall schon tausendmal geguckt, oder? Nee, anscheinend nicht. Ich mache jetzt erstmal diesen Plot weg. Dann holen wir uns noch mehr Glibberstein. Sind ja immer zwei. Aber warte mal, die haben wir ja sowieso am Band. So als die Notfallreserve. Es gibt doch gar nicht mehr so viele Wege. Aber Glibbersteine gibt es scheinbar mehr, als ich gedacht habe. Oh. Aber es ist gut, dass wir diese seltene Ressource jetzt haben. Aber es ist einfach nicht das, was ich suche. Nee, da oben war ich doch schon. Oh. Hier ist es. Nee, hier ist es auch nicht. Hier ist nochmal Glibberstein. Doch nicht. Ach so, ein Ding. Ach so, warte mal die. Kann man auch mitnehmen, wenn ich sie schon am Mann habe. Habe ich das schon gemacht? War das das hier? Nee, ich habe doch nicht mehr gespielt, seitdem ich das Video beim Aldemar gesehen habe. Puh. Ja, da kann ich ja jetzt nicht nochmal runterspringen. Da geht es auch wieder rein. Aber das ist, glaube ich, nochmal... Was ist das da? Wasser. Ah doch, hier sind wir richtig. Super, noch ein Glibberstein. Ja, komm. Da ist natürlich immer noch ein drittes Glut. Und da muss... Das habe ich gesucht. Da geht das auf und wir kriegen einen Durchgang. Noch mehr Glibberstein. Das hat sich nicht wirklich so lange nicht gelohnt, aber... Aha. Das ist gut. Müssen wir das gerade mal schauen. Ach, guck mal hier. Ist irgendwas dabei, was wir noch nicht hatten? Nein, nur Geld. Geld ist aber gut. So, dann können wir jetzt, wo wir das geschafft haben... Aha, was ist das denn? Das ist Absicht. Das wird da nicht hochkommen. Es wird Zeit für den Backpack. So, das ist diese Richtung. Aber wir kommen aber auch so hoch. Gut, okay. Haben wir schon alle Gordos überhaupt weggemacht? Warte mal. die sind noch auf der Karte, ne? Also, interessant wird es eigentlich nur noch da. Aber wir müssen jetzt noch ein bisschen... ha. ... haushalten. Komm, dann... Du kannst doch da hoch. nützt ich doch nix. Doch, es nützt was. Ist genau richtig. So.